herzlich willkommen zu diesem video zu windows 11 grundkompetenzen hier ist mal geht es darum mehrere dateien im windows explorer auszuwählen und dann auch anschließend kopieren zu können einfach alles zu markieren haben wir schon kennengelernt ich gehe hier rein und mache steuerungstaste ist alles markiert kinder mit der maus hergehen gedrückt der linke maustaste alles auswählen einzelne dateien kann ich mir auswählen nämlich die strahlungstaste gedrückt lasse immer wieder einzelne dateien mir hier mit der linken maustaste auswähle kopieren könnte ich mir dann natürlich will mir wieder einzeln aus die strahlungsstaste gedrückt das ist los rechte maustaste kopieren gehe ich hier auf kopieren oder ich nehme wähle wieder einzelne aus drück gesterns taste sie nachdem ich das dann gemacht habe könnte ich hier in den ort der probe zum beispiel nein gehen könnte rechte maustaste einfügen hier wählen oder ich könnte einfach in diesen ausgewählten worte die tasten kommen zum stark das tv drücken und die vorher ausgewählten dateien werden hier eingefügt also noch einmal einzelne der ausbild bei gedrückter steuerungstaste alle mit steuerungstaste und wäre dann die kombination und das war schon danke für deine aufmerksamkeit